Denk an Promo-Eventen als ein Traum der Fans des Motorsportes, indem sie auf eine große Show setzen. Mach gut in einer und du wirst dein Profil aufbauen. Mal kurz die Karre anschauen. Okay, so sieht sie aus. Können wir schon fahren? So, der hat so einen komischen Sound. Aber hört sich eigentlich gar nicht so schlecht an. Irgendwie so ein bisschen was Rattiges hat der. Wow, wow, wow. Der rutscht ja ganz schön weg hier. Oh, der Anfang war jetzt nicht so. Wir haben hier so eine kurvige Strecke. Ei, ei, ei. Oh, ja, auf zwei Rädern. Die Knight Rider. So, warte mal. So, jetzt haben wir ihn aber. So, weil die Karre bin ich dann noch gar nicht gefahren. Ich weiß gar nicht, wie die sich verhält. Müssen wir auch so ein bisschen dezent bleiben in den Kurven. Aber halt auch nicht zu viel, weil wir müssen natürlich eine Zeit schlagen. So, eine Minute sechs und dann müssen wir bei der Hälfte ca. sein. Ja, könnt sogar hinhauen. Ich habe hier gerade so ein bisschen Autobahn. Ich meine, da kann man natürlich easy Gas geben. So, dann bleibt es jetzt hier so. Ich glaube, das ist nicht unbedingt. Nee, weil hier geht es glaube ich wieder runter. Oh, 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 jetzt wird es aber eng hier. So, ein bisschen, oh. Hier ist Heck ein bisschen kaputt gemacht. In der linken Seite. Schaut ein bisschen was raus. Das war schon so. Der wird immer so verkauft. Ich gehe hier wieder dezent nach links. Aber hier, die ganzen Mauern machen mir schon ein bisschen Schiss. Alter, come on. Weiter nach hinten. Hier mitten in der Kurve. So, einmal. So, perfekt. Schön geschmeidig durch. Dafür habe ich zwei Flashbacks verbraucht. So, ob das was wird. Ja, doch. Komm, da vorne ist ja schon das Ziel. Alter, zwölf Sekunden noch. Ich habe hier schon ein bisschen Spangen, weil irgendwie so schön gefahren bin ich ja jetzt wirklich nicht. Great Drive. That's another one. Alter, was hat der mit seinen Promo-Events immer? Dann machen wir das halt hier kurz. 4,8 Kilometer. Die Karre. Oh no. Also nix gegen Ford Mustang und so. Also Mustang ist ja schon ganz cool, aber ich hatte so ein bisschen Muzzle Car. Oh je. Heckantrieb. Hier, V-Typ Drift. Ich glaube, der rutscht ganz schön. Ist so okay. Ach, jetzt haben wir hier das mit den Overtakes und so. Na, komm an. Na, verdammt. So, lass mich vorbei. Also vor allem hier mit einer neuen Karre auch noch. So. Oh nein. Kollision. Obwohl ich habe eigentlich schon zweimal welche berührt. Da hat es noch nicht so ganz gezählt. Lass mich durch. Oh, 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 oh. So, wie viele Punkte brauche ich denn überhaupt? Na. So, aber die Karre sieht gar nicht mal so schlecht aus mit dem Rockstar Lackierung. Kann man nix sagen. So, einmal hier schön rum. So, jetzt zieht er wohl da längs vorbei. Äh, links sag ich schon rechts, meine ich eigentlich. So, den nimm mal außen. Na, hier hätten wir so schön rein driften können. Aber das war dann doch nix. Oh, da gehen die Points weg. So, aber hier können wir jetzt gleich drei überholen. Wow. Sehr schön knapp vorbei. So, hier die 500. Da war die 600. Na, verdammt. Kollision. Oh, oh, oh. Wow, wow. Alter, hier immer so eng hier durch. So, ah, verdammt. Wie viele Punkte brauche ich denn überhaupt? Das sehe ich gerade gar nicht. Ich konzentriere mich gerade so auf die Strecke. So, lass mich mal hier. Ah. So, aber ich bin noch auf Platz 1. Das sehe ich gerade. So, den kriegen wir auch. Den nächsten kriegen wir auch wohl. Ja, hier ist schön gerade alles. Ach so, nur eine Runde. Alter, jetzt wollte ich gerade anfangen hier auch voll die Punkte zu machen. 5.000. In Platz 1, oder? Alter, der hat nur 1.400 Punkte und ich strenge mich so an. Okay. Deshalb steht da wohl Ford Mustang Boss, oder? So, aber ich fand den Mustang eigentlich gerade gar nicht so schlecht. Lässt sich eigentlich ganz schick fahren. So, wir können sogar da rein, aber ich mache noch kurz hier das Rennen fertig. Müsste nur noch eins sein. So, wie hier in der Côte d'Azur. 5,3 Kilometer. Wir nehmen mit. Nehmen wir mal die Mercedes mit. Mal ein bisschen Abwechslung. Denken wir so, in so viel unterscheiden die sich ja auch nicht. Der BMW und der Mercedes. Rein vom Fahren her. So, der Côte d'Azur, der ist auf Platz 1. So, dann legen wir mal los. Die Strecke kennen wir ja eigentlich schon. Wir sind ja mit dem Hyundai-Fache gefahren. So, wir haben noch ein bisschen den Schiss, so richtig Gas zu geben. Nicht, dass er mir irgendwo ausbricht. Aber ich sollte halt mal ein bisschen aufholen. So, ja, das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Jo, ich hole ihn mir schon noch. Keine Bange. So, lass mich durch. Sehr schön. Oh, ja, mal über die Wiese. So, hier kommen jetzt gleich die Autobahn. Mal gucken, ob wir da ein paar abziehen können. So, Motorleistungstechnik sind wir alle eigentlich relativ gleich. Oh, nee. Da zieht mich gleich keiner ab. So, lass mich hier durch. Wow, wow, wow. Der war unfair. So, machen wir von hier nochmal. Hallo? Was macht der jetzt? Zieht da voll rechts rüber. Na, verdammt. In Ostengriechen auch nicht. So, warte mal überlegen. Wir machen was, wir machen was, wir machen was. So, ja, lass mich vorbei. Gibt's ja gar nicht. Ich hab auch noch meine blöde Türe kaputt gemacht. Alter, die Rasen hier richtig weg. Aber schon Platz Nummer drei. Oh, oh, oh. Hallo, bremst nicht so stark. So, geh mal weg. Alter, die fahren immer so aggressiv. Immer so auf Kontakt. Ich glaub, ich sollte irgendwie so ein Boxauto-Rennspiel spielen. Wär, glaub ich, ein bisschen besser. Die Karren gehen bei mir immer viel zu schnell kaputt. So, oh nee, da vorne ist ja schon das Ziel. So, Kalam, Kalam, Kalam. Krieg ich den? Go, 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 go. Habt ihr das gesehen, Mann? Alter, meine linke Seite sieht aus. Alter, Falter. Alter, die Zeit, Mann. Auf wirklich fast ein Zwanzigstel. Alter, Falter. Boah, das war schon ein bisschen eng. Boah, das war schon ein bisschen eng. Also, ich kann wieder kiss- Hofstra, das war schon mal Cool improve. Aber ich bin ein bisschen motor. Ich binなんです, Profisch, ich bin mir also einmal mal voll hinですね. Untertitelung des ZDF, 2020